Oh, ich freu mich grad! Warte mal, er verhöhler, er legt sich in den beruflichen Rangriffe. Mit dem Gegeneffekt des nächsten Gegnerhütten behalte ich lieber Übernahme. Sehr schön. Jetzt kann ich Spam. Er hält uns, Spam. Terry wurde besiegt. Terry, das ist die Notfall, Notfall! Wir stellen hier Genie. Da wo er diese kleine Glühwürmchen war. Ah ja genau! Was muss ich da sagen? Ungewöhnliche, gewöhnliche Pokémon. Du hast einen leichten Knacks. Ach, hat mir das nicht gedacht. Hier steht auch einer. War da nicht something nice? Ja. Warte auf, meine süße Pokémon hier kommt. Eure künstliche Beute. Da wird sie irgendwie nach Kepa gucken. Wird sie irgendwie... Oh, kein Morte. Können wir auch Morte! Morte! Wir beide. Morte! Egal nur Trevino! Nein! Morte! Wieso habe ich immer da nicht Glorblatt rausgelegt? Ich bräuchte... Fuck! Weil du... Ich weiß, was du mit Blut umspielst. Scheiße! Äh... Jetzt vergesse ich immer. Tadad... Das... Pokémon... Morte! 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 Scheiße! Ich hoffe vielleicht, dass ich jetzt irgendwie nachgekämpften mal heile. Äh... Okay. Ja. Gesundheit! Danke! Gesundheit! Gesundheit! Boah! Schwach! Schwach! Ich habe jetzt massig Schaden gemacht. Richtig episch! Uff. Schwach! Schwach! Akkoldclare! Ja, ich hab's nicht. Es sind voll die komischen Augen, ne? So... Ich weiß was du mal bist... Du machst Kansierblatt. Es war Toiler. Harry useless. Ich habe gerade einen Tagtraum. Scheiße. Wieso? Ja, ich habe auf den Bildschirm geguckt, dann war ich weg. Nicht schwer, deine Aufnahme. Ja, zu spät. So. Ura, Kimo. Ich hatte gerade irgendwie so, ne? Ja, ich hatte gerade irgendwie so, ne? Iiiiih, zwei süßen Pokémon. Ja, süß sowieso. Ach, Wingall finde ich auch ganz knuffig. Naja. Renne, du hast meine Pokémon gefärgert. Ich habe sie vernichtet. Renne. Ja, Superball, geil. Awesome. Und glaubt mir, Leute, die werden wir noch brauchen. Hast du was Gutes? Nein. Du bist wie ein Käfer-Pokémon, das von nicht angezogen wird. Ja, meine Pokémon sind das gleich. So, plötzlich? Ja, Ergo. Hast du den Schubil vergessen? Ja. Fuck. Okay. Elektro? Warte mal. Ähh... Mordern wir so kurz da. Erde. Ja, Erde, Gestein. Toll. Tunnel. Kampf bis Pokémon. Pokémon. Ich habe ihn. Psiana. Ich finde nach Tana so Ewisches leuchtet. Schockwelle. Das hat Probleme, ey. Schockwelle. Ja, oder? Auuu. Schmerzen. Schmischen. Kommt nicht so böse, ganz ehrlich. Ja. Oh, das zieht aber ganz schön. Oh. Du hast Paranisiert. Das zieht ganz schön gut. Warum bist du selbst Paranisiert? Du bist so dumm. Wegen Synchro... Synchrobeschwörung. Ich habe ihn auch gerade wieder. Ähm... Backplast! Ich gehe daran, dass ich an Pokémon bei Yu-Gi-Oh nicht weiterkomme. Schockwelle. Wollte Parallel sich auch holen. Ja, bei Yu-Gi-Oh nicht. Bei Yu-Gi-Oh nicht. Die Züge machen wir nicht. Irgendwie Disney muss gerade gehen. Die Kaster wird sein. Ja. Irgendwie schon. Verkehr. Verkehr. Ja. Ruckzuckin. Ruckzuckin zieht ja auch. Warte. Komm, er darf angreifen, du darfst du auch angreifen. Wieso blinkt nach Tara? Weil es Nacht-Tara heißt. Ach, so blinkt das. Und es hat einen Schaden. Wirklich. 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 Jetzt zum Thema super-schwerer Klotz. Großer Kopf. Schwerkraft! Schwerkraft Qualifikation. So, ich werde mich jetzt die Trenne hochschleichen. Sehr süß! Oh, mein Pokémon ist zwar nicht stark genug. So, was heißt das? Hier, da steht wie so ein alter Mann. Jetzt steht er wie gerade. Check ich nicht. Versiegt sind meine Pokémon. Ja. Veratiegt sind deine Pokémon, und meine sind am Leben. Huuuuh. Hier sind wir doch nichts. Sag mal. Mensch, Kinder, das war mal. Ich muss mal tragen. Wow. So. Wir müssen jetzt mal grob heilen, weil, äh... Ansonsten habe ich nicht viel, wa? Ich hoffe jetzt mal... Achtung, es geht los. Du bist erledigt. Ja. Äh. Biker-Hips. I am not right, my hips are alive. Dodo und Lenni-Bar. Wollen wir schon mal sehen, wie ich zu dringen? Ja, 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 ja. Wollen wir schon mal sehen wie ich? Keine Ahnung, weil die Schwester drin... Yeah! Das gibt's mir voll komisch. Das gibt's mir voll aufs Kasper. Ich spree, spreech! Ich spreech! Das gibt's mir. Er sieht man, er sieht das Vieh und wird aggressiv. Ehehehe. Oh 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 oh. Ist schon klar? Los, bis! Stegger! Ja, guck dumm aus der Wäsche. 54 Kacke ist strong. Kometen lieben Scheiße. Warum hat sie so eine Spam-Attacken? Ein Rolltreffer, das ist Kacke. Und dieser Kometen liebt der auf. Und der auch. Und der und der und der. Und Nachtraffer ist tot. Vielleicht noch Piss. Das machen wir nicht. Fahre wieder weg. Dann kriegst du endlich mal die Roller-Attacken? Nee, gleich mal. Oh, die kriegst du noch gar nicht mehr. Das ist rein. Alter! Erzähl mir mal das nicht an. In den Piengern die Techno-Ameisen-Party. Das Geräusch. Oh. Oh, wie bin ich denn? Oh, eh, eh, eh. Irgendwie, keine Ahnung. Fangen jedenfalls von episch. Hablu! Oh, kleine Knutschvogel. Ich liebe kleinen Knutschvogel. Was hat er jetzt? Fack dich. Das kann ja nicht immer alles toll sein. Ja, nein, klar. Jetzt hau! Hau! Ja! Ey, wieso haben hier nur so wenige Kryptos? Ich bin da, wie er welche fangen. Das soll stecken, ne? Ich mein, jetzt krieg ich schon um die... ...lockerflockig fünf Superbillen da hinterhergeschmissen. Jetzt kommen keine Kryptos. Ja, das ist extra dafür, dass du für später reinkriegst. Schwaber, schluck, schwaber. Schwaber, 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 schwaber. Waber, schritt zurück. Ich hab alles gekriegt. Wir wechseln noch mal die Pappe. Yeah! Und der Furby-Bodus ist weg! Oh mein Gott! Oh, jetzt hau ich dir eine rein, oder? Ne. Hätte ich eigentlich erwartet. Schraff! Hä? Hä? Ich würde sagen, ist das Ding jetzt so, wo ist denn noch ein Kapitel? Ey, ich glaub, den hätte ich... Boah, schrecklich hab ich mal vorgeschrieben. Da ist vorhin auch schon. Oh, es ist so niedlich! Oh mein Gott! Wirklich, die sind... Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber ich liebe dieses Pokémon. Es hat... es hat... Es ist ein fliegender Tropfen mit weißem Schlaube und Wolkenflügel. Also es ist ein... ein Regentropfen. Boah, es ist so niedlich! Reinstes Flausch! Und dann noch die Federn auf dem Kopf, weißt du? Boah, ist jetzt normal. Ne. Schon wieder so eine Spare-Attacke. Ne. 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 Na, aber ist gleich tot. Totgebiet. Von einem kleinen kleinen Jornbrug. Zack, was ist mit dir los? Ich bin sauer! Ich bin mit einem Fall Rasen und so. Das Ding erinnert mich an einem Furby. Das macht kiefe. Ich kann meine Stirn nicht sehen! Manu! Was ist denn überhaupt eine Stirn? Du hast Probleme! Ja, ich weiß. Du? Ich? Besiegt? Du? Ich? Date? Nein! Du? Ich? Du? Sprachfehler? Mit einem Krypto-Pokémon hätte ich locker besiegt. Ja, wahrscheinlich. Wie viele sind denn da noch? Deine ganze Familie. Tausch. Oh, das ist ja immer noch in diesem Furby-Modus. Ja, das ist der einzige Nachteil. Alle Pokos sind echt geschehen wie es kommt und du überzeugt mich selbst. Nein, danke. Okay, dann halten wir ihn. Ich lass ihn vorbei. Oh, gut. Dann werden die Infurio- Wie hieß der Bits? Seemov! Oh mein Gott! Oh mein Gott, die Kugelrobbe! Ich will sie haben! Kriegen wir die in dem Spiel auch noch? Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich glaub nicht, oder? In welchem Spiel hab ich denn den Chef? Was ist denn das? Kein Plan. Trautendiel! Bäh! Mach auf, du Sau! Schnappke! Schnappke! Mir ist kalt! Mir auch, Schnappke! Bei minus 16 Grad kommt sie nicht anders, aber... Naja, das ist eigentlich ein schönes Thema. Ist das bei euch auch so kalt? Also hier oben haben wir jetzt gerade minus 16. Vielleicht sogar mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie kalt es drauf ist. Jaaa, Laser bin ich weg! Wolltest du mich verarschen? Ach, ist das Ding so süß? Ja, das ist süß. Aber Schnappke! Oh, ich hätte jetzt gerne den Montag von Schnappke. Auch wenn er ein bisschen Dreieck macht. Ich muss mal überlegen. Schnappke! 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 Los, Sihana! Los, Sihana! Sihana, Sihana! Bis links, Sihana hat Eichertappen gemacht. Geil! Ironie? Ähm, ja... Ah! Weiße Kuhspitzen! Das hat das kleine Hackenschuh an. Wer weiß, was das ist. Vielleicht hat das Hackenschuh an, genau. Lol, was hat das Schuhkraut jetzt gebracht? Mario! Aaaaaah! Oh, mein Gott! Wenn jemand irgendwo mal ein lebendiges See mobsen, kann er das bitte zu mir bringen? Betäubend? Im Verkehleischte Hickens zu Bibi schicken! Und dann werdet ihr es nie wiedersehen. Ich liebe Robben! Das war da so welche. Sie ist rot und hat glänzende Augen. So typisch ist, ich hab dich lieb. Und es ist blau, oh mein Gott. Diese glänzenden Augen haben mich gerade irgendwie fertig. Das ist jetzt irgendwie so ein Bild, was ich in mein Hirn eingebrannt habe. Ich krieg's nicht mehr weg. Ich glaube, es wird schlimmer, wenn wir die Entwicklung wieder sehen. Wie du früher abgegangen bist, ey. Na, was hat das denn? Hör, du siehst nach links und rechts bewegt, das bin ich auch nicht. Was, unböckerlich? Wie weißt, ey, unböckerlich. Ich heiße Bits. Irgendwo. Na, meine Popole haben doch schon Geld schon was auf dem Kasten, oder? Jetzt müssen wir drücken, drücken, drücken. Ey, wo trüßt dieser Raum hier? Deko! Dieser Raum ist einfach nur da. Ja. Ah, hier ist was. Äh, Dumbond. Beleber. Oh, nur zwei Kämpfe, oder was? Also langsam, voller hätten wir das Haus hier nicht machen können, ne? Hier ist Big Potty und so, Potty Hall. Potty Hall! Potty Hall! Potty Hall! Gut, ich power die nur mal auf. Ich hab zwar danach keine Supertränky mehr, aber scheiß drauf. So. Äh, die ist blau. Wie nehm ich denn mal? Lass mich das? Ich tausch mal kurz und nehme Loreblatt rein. Loreblatt? So. Auch in einer Bruchtbude wie dieser können meine Pokémon voll der Schönheit und Anmut tanzen. Ja, bestimmt irgendwelche rosa-gay-Pokémon. Tanzen? Julia! Katzen? Eigentlich. Kann ich, warum ich so jetzt mal rosa-gay-Pokémon. Oh, super süß. Die können gar nicht tanzen. Von mir rosa-gay-Pokémon. Koko, ne? Sati. Was? Was? Ja, ja. Warum müssen wir jetzt grad an das kleine Einhorn denken, was denn auf einem Stein in einem Rasenfluss gerade steht? Warum muss ich daran denken? Weiß ich nicht. Bodyslam. Ich hab eine mal in die Plätze. Ich weiß nicht. Am meisten wegen den Tanzen-Pilzen. Oh, die Tanzen-Pilzen sind episch. Geil! Es wurde durch ein Bolzen paralysiert. Was machst du jetzt? Alter! Was zum Hülle war das? Egal. Ich hab mir grad ein Schild geguckt, was die Attacke angeht. Na ja. Okay. Tot. Egal, was du gemacht hast, jetzt ist es weg. Sondern. Ach Mensch, hallo. Ich bin aufgeregt, wie sie Sondern haben. Oh, ne? Oh, ne? Gale Attack. Das wirft auf der Stelle hin. Alter, geile Scheiße. Forderback & Jackson. Forderback & Jackson. Also, noch einmal Krypto-Schlag. Bäm. Du machst mal bitte Rasierblatt. Dann ist auf Sand dann schon mal Geschichte. Hoffe ich. Geschichte. Natürlich nicht. Geschichte. Das ist eh egal, weil es flatt ist. Und du bräuchst nicht mehr Feuerkumpel. Schade, dass du deine Schlegel nicht hörst, oder? Der Witz mit der Strecke war ja auch um den letzten Aufnahmen-Dinges kennengelernt. Ja, der ist auch futsch gegangen, aber egal, der war eh schlecht. Sag mal, Katz, was anderes wäre mein Splendertanz? Meine Fresse! Ist doch ein Witzig. Ist vorher Schöpfung verwirrt, was bist du denn für ein Vieh? Was geht denn hier? Oh, krass, krass! Ja, mach, was hier bleibt! Wer bist du eigentlich? Ja, schau! Wie, wer hat die Attacke gehabt? Was bist du denn? Boah, das Überflieh! Hat mit seinen Klauen die ganzen Blätter aufgepiekst und abgewehrt. Ist schon klar. Ja, geht doch. Pah, gut. Hoffe ich. Oh, okay. Gegebenheit. Nein, ich wollte gerade sagen. Oh, sieht aus wie eine... Totespille von ihr. Todespille. Ich glaube ich muss jemanden töten. Ich weil sie mit Geschwistern stellt. Du willst ihren Haus um. Super Kisuna Blatt? Boah... Schwab, Schwab, Schwab. Holding rein. Das fällt nach oben. Ah, okay. Tatsna allein reicht mir nicht zu besiegen. Ach nee, da hab ich ja fast genau so schwimmt wie die Kree, ey. Eine Schülerin von ihnen. Wahrscheinlich. Meine Pokémon 2-Trag ist Ende. Schluchz. Was ist mit dir? Kommst extra hier, nur um dich besiegen zu lassen, als wenn du siegen würdest. Oh, das ist auch normal. Alter, guck dich das an. Mal zu weit. Aber ich will... Es sieht nicht ganz aus. Ich will mal nicht. Tskontentaka. Tee-Tee. Das ist doch bitte Tee. Ich krieg's doch bitte Titsch hier. Ich glaube, den lockt nicht. Gott, lass mich überlegen, warte. Dollarstock auf den Tee-Tee. Gott, kann ja auch, genau. Ich glaube auch. Oh, ja, eh. Oh, ja, eh. Ich krieg's doch schon. Oh, ja. Das rotzt jetzt auf mein Loreblatt. Oh, nein. Oh, fein, ja toll. Weh, er macht nur was für Matchbombe, ey. Den gibt's aufs Maul. Die liegt hier immer schon zurück und so. Es ist sehr effektiv. Wo zieht du so wenig ab? Wachst du? Boah, ja hier. 13 Jünger gewachsen. Ich mach dich fertig. Das sollte ich vielleicht mal einsetzen. Vielleicht geht das Wachmann-Klose. Wachst du? Nein, doch nicht auch Viech. Nicht auch Viech. So, und dann noch mal Rassi-Blatt. Ich mach das Tentache jetzt so fertig. Irgendwie hart. Ich mach ihn irgendwie selber wieder. Ich bin klein. Ich bin klein.